Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube und zwar habe ich heute für euch und da freue ich mich extrem darauf auf das Set von Kobi, das FA-18E Super Hornet Top Gun Set zu dem zweiten Film Maverick. Da bin ich sehr gespannt, da ich ein bisschen wenig Zeit hatte, kommt heute nur ein Aufbau Video, morgen kommt aber gleich hinterher das Video, wo ich euch das ganze Teil dann noch zusammengebaut zeige, ein Review. Heute bauen wir das Teil erstmal nur zusammen und ich freue mich da sehr drauf. Wir gucken uns trotzdem schon mal den Karton an, das kann ich dann nämlich im anderen Video weglassen. So sieht das Teil aus. Wir haben 570 Teile, es steht leider nirgendwo Pad Printed drauf, aber ich gehe davon aus, da ich keine Aufkleber gefunden habe. Hier haben wir eine Limited Edition, da steht sogar, dass es ein offiziell lizenziertes Produkt ist. Ja, eine wunderschöne F-18 Hornet, richtig cool. Da sehen wir das Teil, hat auch solche Flügel, die man abknicken kann, damit es auf dem Flugzeugträger halt nicht so viel Platz wegnimmt. Das ist sehr genial. Ja, ich weiß nicht wie es euch geht, habt ihr auch Bock auf den Film? Der kommt ja leider erst im Juli nächsten Jahres, das ist wirklich sehr schade, aber ja, durch diesen ganzen Corona Kram kriegen wir leider die ganzen Blockbuster momentan nicht. Man kann es verstehen, die wollen auch Geld verdienen. Das Teil ist natürlich in den USA genutzt, kann ein bis zwei Crewmitglieder aufnehmen. Ich glaube wir haben nur eine Minifigur dabei, ich glaube die hat nicht mal Beine, das müssen wir uns dann mal zusammen angucken. Aber ich fange jetzt erstmal an zu bauen und dann schauen wir uns an, wie das Ding entsteht. Achja, das noch der Vollständigkeit halber, das ist die Bauanleitung. Da haben wir wie immer Kobi-typisch die Bauschritte ausgegraut, das was wir bauen in Farbe. Da sehe ich schon Teile, die anscheinend einen Druck drauf haben, das sieht schon mal sehr cool aus. Ich glaube, dass alles was Kobi aktuell jetzt macht, ja sowieso mit Druck ist. Hier haben wir die andere F18, die werde ich mir auch noch besorgen. Ist ja glaube ich genau dasselbe Modell, nur halt in Grausilber oder wie auch immer. Dann dieses kleine Teil hier, diese Mustang, werde ich mir auch noch besorgen. Und ja, einmal die Mirage haben hier unten, habe ich ein Video dazu gemacht. Blende ich hier oben ein, zwei Tüten und dann legen wir mal los. Okay, was dann schon beim Auspacken auffällt, man hat bedruckte Teile, egal wo man hinguckt, alle sind bedruckt. Das ist schon mal richtig cool. Auch hier oben, besonders hier war ich sehr verwundert. Das ist glaube ich das erste Set, wo schon fertig zusammengebaute Teile drin sind. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also die beiden Dinger sind wirklich schon fertig gebaut. Naja, okay. Das erste Set, wo es so ist. Ja, Lego, nehmt euch bitte mal ein großes Beispiel an Kobi. Die kriegen es hin, wirklich jedes Teil zu bedrucken. Es ist einfach ein Traum. Das wäre so schön, wenn das bei jedem Hersteller so wäre und diese Aufkleber endlich ein Ende hätten. Das ist wirklich mega cool. So, los geht's beim Bau. So, hier mal was, was mich ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Und zwar gibt es zwei Teile. Ich zeige euch das mal hier. Da soll man 1, 1, 1 von den jeweils selben Teilen nehmen, dachte ich. Es sind aber nicht dieselben, weil eins von diesen schrägen Teilen hat keine Aufnahme für Noppen an der Seite. Und dieses Teil hier hat eine Aufnahme, das ist an der Seite offen. Und dadurch kann man das dann auf die Noppe drücken. Hat mich gerade ein bisschen zu verzweifeln gebracht, weil ich das von Lego halt nicht kenne. Und da wirklich, ja, das ist wieder ein eigener Kobistein, dieser geschlossene hier. Und man kann ihn da nicht auf die Noppe drücken. Und ich habe natürlich den offenen nach unten gepackt und wollte den geschlossenen oben drauf drücken, was nicht gepasst hat. Und da habe ich kurzzeitig ein bisschen an mir gezweifelt. Aber ja, achtet drauf, wenn ihr das baut. Es sind zwei verschiedene Steine, die fast identisch aussehen. So sieht das Ganze jetzt aus. Momentan hat es mehr was von einem Raumschiff. Hier meine Lieblingssteine von Kobi. Diese flachen, die man unterbaut, die finde ich mega cool. Die sind hier auch in Groß bei. Das sind echt geniale Steine. Bauspaß ist bei dem Set bisher, ja, bei mir bedingt, muss ich sagen. Man legt viel Platten hin und baut dann oben die Platten fest. Das ist eine Bauart, die ich nicht so gerne mag. Gut, wird sich ja gleich ändern, wenn viel Platten habe ich hier nicht mehr, dann hat man da hoffentlich mehr Spaß. Also dieses Platten auslegen und dann erstmal kombinieren miteinander ist nicht so mein Ding. Gefällt mir nicht von der Bauart her. Aber jetzt im Großen und Ganzen nimmt es Gestalt an und jetzt wird es auf jeden Fall gleich besser werden, was das angeht. Ja, also wer ein Set mit extrem vielen Sondersteinen sucht, der ist hier wirklich gut bedient. Hier sind mega viele Steine, die halt Noppen in beide Richtungen haben. Als einer, als einmal zwei, als zweimal zwei. Da sind wirklich Massensteine zwischen. Dann sehr, sehr coole Steine. Die hier, Kamera scharf, genau. Das sind halt so eine Käse-Ecken, aber die so leicht wie so eine Skateboard, wie so eine kleine Skateboard-Schanze gebogen sind. Auch sehr cool. Dann diese bedruckten Steine, die wirklich hier dann dieses Motivbilden. Das ist schon sehr cool. Also das Bauen bleibe ich bei. Da wird es nicht mein Lieblingsflugzeug. Das ist vom Bauen her, also ich sage mal so, es ist nicht der größte Bauspaß. Für mich jedenfalls. Vielleicht seht ihr das anders. Also ich bin da gerade nicht so begeistert. Ich bin immer noch bei Tüte 1. Dadurch, dass es alles für mich auch neue Teile sind, da sind Teile bei, die ich bei Kobi selbst noch nicht gesehen habe, suche ich mir hier echten Wolf und muss da wirklich gucken, dass ich da nicht die falschen Teile nehme. Also ja, ich finde es anspruchsvoll dadurch, dass ich wirklich die Teile nicht kenne. Es sind so viele komische Teile bei, die ich in der Art noch nicht gesehen habe oder bei Kobi auch hatte. Wirklich viele, viele Steine, die halt Kobi hier für sich selber entdeckt hat. Was cool ist, man kann sehr coole Bauweisen erzeugen, aber es ist natürlich, wenn man sonst immer andere Sachen baut, etwas schwierig. Auch hier, der Stein hat hier so eine kleine Mulde drin. Das ist auch sehr, sehr cool. Den kann man auch so versetzt dann noch auf die Noppe nach hinten setzen, weil er hinten offen ist. Also geniale Steine, muss man wirklich sagen. Wer da was Besonderes sucht, ist bei dem Set zum Mox erstellen auf jeden Fall. Ja, auf der richtigen Seite. So, ich bin bei Tüte Nummer zwei. Die gute Nachricht ist, ich habe Beine für die Maverick Figur gefunden. Die schlechte Nachricht, das seht ihr morgen in dem Video, wenn ich das Review mache. Da zeige ich euch mal was an dieser Kobi Figur anders ist als an anderen. Gut, ich mache jetzt Tüte zwei fertig und dann schauen wir noch mal, ob hier noch ein paar coole, besondere Teile auftreten oder nicht. Ja, in der zweiten Tüte war jetzt nicht mehr viel Besonderes. Das einzige, das zeige ich euch dann im Review Video. Also bautechnisch bin ich diesmal gar nicht angetan und es gibt etwas, was mich total verwirrt bei dem Set. Das zeige ich euch dann morgen im Review Video, weil irgendwas ist hier sehr eigenartig. Also Bauspaß ist bei dem Set wirklich für mich nicht gegeben. Mir hat das nicht so viel Spaß gemacht wie die anderen Kobi Flugzeuge und Panzer. Es sieht echt schön aus, aber es ist wirklich nicht gut zu bauen, wie ich finde. Es hat mir keinen Spaß gemacht, muss ich ganz klar sagen. Mehr dazu gibt es morgen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Sorry, dass ich eigentlich Mittwoch immer ja ein Video einstelle, diesmal nicht geschafft habe, aber dafür heute und morgen auch wieder eins und am Wochenende gibt es dann auch noch eins. Okay, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt auch gerne einen Kommentar ab, was ihr von dem Set haltet, ob ihr das schon habt oder nicht. Morgen gibt es mehr davon und lasst gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Die Noppensteinstube sagt Tschüss! Die Noppenstube